Was könnte man Besseres zu tun haben, als sich damit zu beschäftigen, wie man sein Traumleben manifestieren kann, wie sein Traumleben überhaupt aussieht und vor allem die allerwichtigste Frage ist, wer muss ich sein für dieses Traumleben? Wer muss ich sein, damit ich endlich, damit ich endlich, endlich, endlich meine Träume und Wünsche in dieser Realität erleben kann? Ich weiß ganz genau, wo wir stecken können, weil ich bin wahrscheinlich schon so ziemlich in allen Lebenslagen, allen Situationen stecken geblieben. Natürlich in der Liebe, natürlich in der finanziellen Situation, natürlich auch einfach nur mir die Frage gestellt, was will ich denn haben, wie will ich denn leben, was will ich denn noch alles so erleben in diesem Leben und warum bin ich hier, warum bin ich auf der Erde, warum bin ich verkörpert, warum bin ich manifestiert? Hallo, guten Morgen, du hattest eine schlaflose Macht, dein Verstand hat mir vorgehalten, was ich gerne an meinem SP anders sehen würde. Das ist doch genial, weil erst wenn du weißt, was du nicht möchtest, kannst du ganz klar herausfinden, definieren, festlegen für dich, was du haben möchtest. Und das Wichtigste an der Sache ist, dass ich das so erkennen kann, dass ich nicht denke, mein SP ist wirklich so, der ist wirklich so falsch, der ist wirklich so verkehrt, sondern dass ich erkenne, dass es einfach nur meine Ansicht ihm gegenüber ist, so wie ich ihn sehe, so wie ich eben noch meine Welt sehe. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass er nicht genug aufmerksam ist, dass er sich nicht für dich interessiert oder zu wenig, wenn du dir vorstellst, dass etwas anderes wichtiger ist für ihn als du oder euer gemeinsames Leben oder deine Träume, dann liegt es nur an dir. Dann glaubst du eben, dass du. Darum geht es. Was glaubst du, wer du bist, wenn du glaubst, dass dein SP so ist? Also ein Beispiel, wenn du glaubst, dein SP interessiert sich nicht genug für dich, macht dich nicht zur Priorität, dann ist es genau, dass du glaubst, dass du nicht wichtig bist. Dass du, dass du zurückstecken musst. Du glaubst, dass du es nicht verdient hast, Nummer eins zu sein für dich, für dein Leben, dass du dich nicht an erster Stelle sitzt, dass du dich nicht traust, an erster Stelle zu stehen. Weil uns ist das natürlich im Leben so eingetrichtert worden. Du bist nicht das Wichtigste. Nimm Rücksicht auf andere. Und ja, was passiert dann? Wenn ich das glaube, dass ich nicht das Wichtigste bin, dann verlasse ich meine Schöpferrolle, dann gehe ich aus meiner Kraft raus und ja, mache nicht das, wofür ich hier angetreten bin und geboren worden bin, ein grandioses Leben zu manifestieren und zu erschöpfen. Weil ich glaube, ich bin ausgeliefert und weil ich eben der Lüge noch aufsetze, dass hier Beschränkungen sind. Und darum geht es eben bei Divine Design Manifestation, dass ich mein göttliches Design, mein Divine Design anerkenne und somit in meine Kraft komme. Und dass ich anerkenne, dass mein Bewusstsein, dass das, was ich glaube, das, was ich denke, das ist, was ich mir vorstelle, wovon ich überzeugt bin, die einzige Wahrheit in meinem Leben und für mich ist. Und dass ich erkenne, dass es wirklich schon immer so war, dass ich erkenne, dass ich immer das bekommen habe, dass immer das passiert ist, dass immer das geschehen ist, was ich mir vorgestellt habe. Und dass ich erkenne, dass natürlich vom Ursprung meiner Konditionierung, hallo, guten Morgen, Maria, von meiner Konditionierung ich eben so gelehrt wurde, dass ich nicht der Nabel der Welt bin. Obwohl ich gleichzeitig der Nabel der Welt bin, weil ich alles, was ich mir vorstelle, wahrmache. Es bewahrheitet sich. Erkennt es. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst, dass es so ist. Ja, ich habe heute Nacht von meinem SP geträumt und habe gesehen, wie er ist. Und genau so ist er. Und am nächsten Tag kriege ich den Beweis dafür im Außen. Und wenn ich das erkenne, dass das das Prinzip ist, dass die Dinge, die ich glaube und die ich mir vorstelle, dass mir die bewiesen werden, kann ich doch dieses Prinzip dazu nutzen, dass mir die Dinge bewiesen werden, die ich gerne hätte. Aber dazu muss ich mir erlauben, die Dinge gerne zu haben. Wenn ich möchte, dass mir mein SP Liebe zeigt, Aufmerksamkeit zeigt, zeigt, dass ich die Einzige für ihn bin, dass unser gemeinsames Leben das Einzige ist, was er auch wirklich möchte und nichts anderes, muss ich mir erlauben, diese Einzige, diese einzigartige Frau zu sein. Und da fängt das Problem meistens an, weil ich hunderttausend Gründe in meinem Kopf gespeichert habe, in meinem Denken gespeichert habe, in meinen Überzeugungen habe, die mir nicht erlauben zu glauben, dass ich die Einzige bin und die Einzigartige. Und da muss ich so lange wieder zurück zu diesem Manifestationsprinzip, zu dem Divine-Design-Manifestationsprinzip zurück, bis ich es glauben kann, bis ich erkenne, bis ich wirklich, wirklich erkenne, dass es nichts gibt außerhalb meiner Vorstellung. Nichts gibt, was ich nicht irgendwie wahrnehme, dass es da einfach nichts gibt. Und wenn ich Dinge wahrnehme, die ich nicht sehen kann, die ich nicht anfassen kann, dass diese Dinge genauso wahr sind, wie die Dinge, die ich sehen und anfassen kann. Und dass die Wahrheit der Dinge, die ich sehen und anfassen kann, nur daher kommt, was ich über sie glaube. Und jetzt sind wir wieder zurück beim SP. Wenn ich nachts aufwache und meine Vergangenheit Revier passieren lasse, mit meinem SP nehmen wir mal dieses Beispiel her. Wenn ich diese Vergangenheit Revier passieren lasse, was passiert ist, was für Situationen da waren, dann muss mir bewusst sein, dass ich in diesem Moment mich als Frau oder Mensch identifiziere, der diese Vergangenheit hatte. Und logischerweise bin ich dann jemand, der nicht gewollt ist, jemand, der abgelehnt wurde, jemand, der was falsch macht, jemand, der falsch ist. Und wenn ich das aber ändere und sehe, aber in Wahrheit bin ich doch göttliches Design. Wenn ich die Dinge nicht falsch betrachte, wenn ich sie nicht als falsch einordne, als falsch bewerte, als falsch sehe, sondern wenn ich einfach rigoros erkenne, dass ich dieses göttliche, perfekte, geliebte, gewollte Design bin eines Menschen, dass ich so gemacht bin, dass ich einfach nur hier bin, um zu erkennen, dass ich so wirklich gemacht bin, dann spüre ich, dass mein Außen mir das spiegeln darf. Und dass mein Außen, dass mein SP jemand sein darf, der mich so sehen darf, als göttliches Design, als gewollt, als erwünscht, als erste Priorität, als wichtig. Und wer ist er dann, mein SP, wenn er das sieht in mich, in mir? Wer ist er dann? Wer muss er dann sein? Jemand, der begeistert ist von mir? Jemand, der begeistert ist von meinem Sein, von meinem Divine Design, von meinem Leben, von mir, von mir als Mensch. Und das sind diese Konstrukte, diese neuen neuronalen Netzwerke in meinem Kopf, die ich neu machen muss, auf der Basis meines göttlichen Designs. Auf dieser Ausgangslage darf ich mich neu erfinden. Und wenn ich neu erfunden bin, dann ist meine Welt eben auch neu erfunden. Dann ist meine Welt neu. Und diese neue Welt, die ist nur für meinen Verstand neu. Die ist nur für mein Ego neu. Für mein Divine Design, für meine Seele, für meine innere Perfektion, für die Ansicht, die Perspektive aus dem Göttlichen ist es nicht neu. Diese Perspektive sagt, wusste ich ja schon lange. Ich warte nur darauf, bis du es weißt. Bis du weißt, wer du wirklich bist. Bis du dich so siehst, wie du wirklich bist. Bis du dich nicht mehr aus der Perspektive, das nicht gut genug, das beschränkt siehst. Und deswegen liebe ich eben diese SP-Qual, diesen SP-Schmerz, diesen Liebesschmerz so sehr, weil es der Schmerz ist, den ich mir selber zufüge, weil ich mich als nicht gut genug sehe, weil ich mich im Mangel sehe, weil ich mich falsch sehe, weil ich mich nicht richtig sehe, weil ich immer wieder die Perspektive des Mangels aufsetze. Und diese SP-Geschichte bringt mich einfach dahin, dahin zu schauen und zu sagen, ja, wieso ist es denn so? Wieso fühle ich mich so ungeliebt? Wieso fühle ich mich so abgelehnt? Wieso fühle ich mich so falsch? Weil ich mich so sehe, weil ich mich damit identifiziere, weil ich mir noch nicht erlaube, meine göttliche Perfektion zu sehen, zu fühlen, anzuerkennen und darin durchs Leben zu laufen. Und dann ist es eben der Schlüssel, dass ich so durchs Leben laufe. Und zwar alleine und mit meinen SPs, mit meinen speziellen Personen an meiner Seite. Und jede Person, die ich in mein Leben einlade, ist eine spezielle Person. Das macht es ja auch so wichtig und das macht es auch so toll in meinen Business-Coachings. Wenn die Frauen erkennen, dass der SP nicht der einzige SP ist, sondern dass, wenn ich ein Business habe oder dass, wenn ich mit Kunden arbeite, dass jeder Kunde für mich auch ein SP ist, eine spezielle Person in dem Moment, wo ich mit dieser Person interagiere oder wo ich auch nur dran denke. Jede Person, an die du denkst, ist ein SP, eine spezielle Person. Und wie du an diese Person denkst, zeigt eben jedes Mal, was du über dich denkst. Und das ist so wichtig, deswegen möchte ich es nochmal wiederholen. Wie du an eine Person denkst oder wie du eine Person siehst, zeigt dir nur, wie du dich selbst noch siehst. Wenn du jemanden siehst, der dich ablehnt, siehst du dich als eine abgelehnte Person, eine abgelehnte Identität. Wenn du jemanden da draußen siehst, der dich kritisiert, kritisierst du dich selber, siehst du dich als jemand, der Kritik braucht, weil er nicht gut genug ist, weil er Fehler macht, siehst du dich selber als fehlerhaft. Und deswegen ist das so golden, ist das so göttlich, wenn ich dieses Prinzip verstehe, dass es nur um mich geht und dass es nur darum geht, wie ich die Welt sehe. Und ich kann die Welt nur so sehen, wie ich mich selber sehe. Und wenn ich die Welt als beschränkt sehe, als einschränkend, als mir die Freiheit nicht gebend, als mich unterdrückend, dann sehe ich mich eben noch als unterdrückter Mensch, der ich nicht bin, weil ich bin freie Energie und die Freiheit ist in meinen Gedanken, in meinen Ansichten, in meinen Überzeugungen, in meinem Wissen. Und dieses Divine Design Wissen ist eine ganz uralte Weisheit darüber, wie Energie funktioniert. Nur diese Funktionsweise muss ich erstmal lernen, begreifen und verstehen, damit ich sie anwenden kann. Und dann wende ich sie absolut bedingungslos an. Und das ist auch das, was wir in meiner höchsten Mastermind absolut machen, wo wir uns nichts mehr vorgaukeln lassen, keine Ausreden, keine Macht mehr ins Außen geben. Wirklich uns so klar positionieren, dass wir wissen, wir sind die Kraft, wir sind die Quelle und wir sind das absolut und absolut heißt einfach nicht, ich bin es heute und morgen nicht, ich bin es für meinen SP und für meine Kunden nicht. Nein, dieses Prinzip ist absolut und es wirkt absolut und deswegen darf ich es absolut anwenden. Und deswegen gilt es eben auch für alle Lebensbereiche, aber ich darf es lernen, ich darf es üben im Lebensbereich SP, weil da habe ich meinen direkten Spiegel. Da kann ich nicht ausweichen und da weiß ich, wie ich mich fühle. Und wenn ich mich nicht angenommen und gewollt fühle, wenn ich mich wertlos fühle, wenn ich mich weniger Priorität fühle, weniger wichtig fühle, dann weiß ich, dass ich als diese Identität als weniger durch die Welt gehe. Und unser Verstand, der macht so viele Sperenzchen so gerne, um uns zu zeigen, dass wir weniger sind, dass es andere gibt, die wichtiger sind, die mehr sind. Dann erzählt er uns, die verdienen mehr Geld, die haben mehr Freiheit, schau mal die anderen an und dieser Verstand bringt uns dann in diesen Vergleich, wo wir schlechter abschneiden. Aber das ist dieses heimtückige Spiel des Egos, weil es uns immer wieder sagen muss, beschränkt, du bist beschränkt, du bist nicht gut genug, da stimmt irgendwas nicht, du musst besser werden und dann denkt es sich Geschichten aus, die das beweisen sollen. Und wir müssen hier einfach nur erkennen, dass diese Geschichten einfach unsere eigenen Geschichten sind. Unsere eigenen Geschichten, unsere Ego-Geschichten, die immer wieder darauf aus sind, den Rückschluss zu machen und schau, andere sind besser, du bist nicht gut genug. Schau, andere haben mehr Geld, haben mehr Erfolg, haben mehr Liebe, haben mehr Freiheit und du bist nicht gut genug. Und diese Rückschlüsse, die sind die einzigen Blockaden, die uns trennen, die uns aufhalten von unserem Traumleben, von unserer Traumbeziehung, von unserem Traumbankkontostand, von unserem Traumbusiness. Und solange dieses Prinzip nicht verstanden ist, werden wir immer wieder gleich anecken, werden wir immer wieder gleich eingeschränkt sein und nicht weitergehen. Und einfach nur das zu lüften, dazu bin ich hier, um dir das zu erklären. Und wenn du es genug verstanden hast, dann geht es eben in die zweite Phase, in diese radikale Umsetzung, in diese Umsetzung, dass du aufhörst, hier nur zuzuhören, sondern dass du anfängst, das umzusetzen. Dein Leben in die Hand zu nehmen. Und es fängt an mit einem Zettel, mit einem Stift, wo du dein Selbstkonzept schreibst, aus dem ergibt sich dein SP-Konzept, dein Lebenskonzept, dein Business-Konzept. Aber alles passiert auf dir und auf deiner Verkörperung, auf deiner Identität. Da will ich ganz kurz auf die letzte Masterclass verweisen. Die Verkörperung deiner Identität, die deine Träume und deine Wünsche lebt. Die Masterclass, die habe ich am Valentinstag gemacht. Die ist jetzt zu kaufen als Aufzeichnung und hat natürlich auch unendlichen Wert. Kannst du in meinem Shop kaufen, wo ich über diese Verkörperung spreche. Und verkörpern heißt eben manifestiert sein im Körper hier. Mit meinem Körper diese Gefühle zu fühlen, die ich haben möchte. Weil warum will ich meinen SP? Warum will ich meinen Erfolg? Weil ich mich so fühlen möchte. Weil ich mich so geliebt fühlen möchte. Weil ich mich so frei fühlen möchte. Weil ich mich so anerkannt fühlen möchte. Und das kann ich nur verkörpern, wenn ich weiß, dass ich es bin. Und alles andere ist Fake. Und Fake fühlt sich ja nie gut an. Fake ist immer irgendwie, da fehlt noch was. Fake ist immer noch ein bisschen im Mangel. Fake ist immer noch auf dem Weg sein. Fake ist immer noch, fake it until you make it. Das heißt, tu so, bis du es geschafft hast. Aber das heißt, ich habe es noch nicht geschafft. Aber die Wahrheit ist, dein Divine Design hat es schon lange geschafft. Du musst nur darin eintreten, in diesen Zustand. Dass du dir erlauben kannst, dass du es schon geschafft hast. Ja, und vielleicht sind jetzt, nachdem ich dich da noch abgeholt habe, mehr in dein Divine Design gebracht habe, vielleicht sind da auch schon wieder Blockaden gefallen. Einschränkungen gefallen, die in deinem Kopf nur waren. Die sind nur in deiner Vorstellung. Und das ist der Weg. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit hier. Schreib mir mal, tippe mal, eine Frage rein, die dir jetzt vielleicht aufgekommen ist oder die dir schon lange im Kopf rumschwirrt und die dich nicht loslässt. Schreib die einfach mal in den Chat. Und lass dich überraschen, was ich dazu zu sagen habe. Aus meiner Divine Design Perspektive, die immer die Lösung schon weiß, wenn die Frage da ist. Weil es gibt ja keine Frage. Ohne die Lösung, ohne die Antwort. Das ist das Spannende in unserem kompletten Universum. Dass wir da sind und dass unser Human Design die Frage hat. Und in dem Moment, wo wir diesen Shift machen, den Switch machen in die Divine Design Identity, haben wir einfach die Antwort. So, ja. Ich lasse euch jetzt mal ein bisschen Zeit, dass ihr was reinschreiben könnt oder einfach nur irgendein Kommentar. Ich bin bis 10.30 Uhr hier. Das heißt, wir haben noch zwölf Minuten, wo ihr mal sagen dürft, einfach nur reinschreiben, ich hätte gerne das oder das fehlt mir noch. und ich sage dir einfach, wo es ist, wo es zu finden ist, wie es zu finden ist, mit welcher Perspektive es zu finden ist, mit welcher Ansicht es zu finden ist. Ja, jetzt kommt noch was. Super, kleiner Moment. Genau, macht einfach weiter. Alter, das ist genial. So. Wenn man sich selbst ablehnt, aber nicht die anderen. Das ist mega cool. Wie ist es möglich, sich selber abzulehnen und die anderen nicht? Das ist eigentlich überhaupt nicht möglich. Du glaubst vielleicht, dass du die anderen nicht ablehnst, aber ist es wirklich so, dass du die anderen nicht ablehnst? Was heißt ablehnen? Da müssen wir jetzt mal sagen, ablehnen. Ablehnen heißt, ich möchte mich nicht haben. Ist es das? Das meinst du mit, du lehnst dich selber ab. Schreib mal nochmal rein. Wie fühlt sich das an und wie kommst du darauf, dass du dich selber ablehnst? Warum glaubst du, dass du dich selber ablehnst und dass du die anderen nicht ablehnst? Da müssen wir uns klar drüber werden, was heißt ablehnen. Ich lehne mich ab. Also solange du schreibst, erkläre ich das mal, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich ablehne, dann lehne ich eine Vorstellung von mir ab. Dann bin ich nicht in meinem Divine Design. Dann sehe ich mich schlecht. Guten Morgen, noch eine Maria. Dann sehe ich mich schlecht. Dann sehe ich mich in meinem Ego Design. Dann sehe ich mich so, wie es mich die Welt, die nicht, die Welt mich sieht, wie ich glaube, dass ich gedacht bin von meinen Eltern. Dann sehe ich eben noch meine Fehler. Dann sehe ich noch meine Einschränkungen. Dann sehe ich noch, was ich nicht geschafft habe. Dann sehe ich noch, wie ich versagt habe. Und so weiter. Und so fort. Und das lehne ich ab. Und das ist eigentlich total genial, wenn du das ablehnst. Weil das ist, genau, weil man sich selbst nicht gut genug findet. Man sieht sich einfach nicht korrekt. Genau. Und da glaubst du noch der Lüge des Egos. Und es ist genial, dass du die Lüge des Egos ablehnst. Die Lüge des Egos, dass du nicht gut genug bist, dass irgendwas fehlt, dass du was falsch gemacht hast, dass du dir was zu Schulden gekommen hast, dass du dich schämen musst, dass du dich verstecken musst. Das ist eine Lüge. Und in dem Moment, wo du das erkennst, weil du es ablehnst und erkennst, was du ablehnst und dann wieder erkennst, wer du wirklich bist. Und zwar dieses göttliche, unglaublich tolle Wesen, das du in den anderen sehen kannst. Das darfst du jetzt auch in dir selber sehen. Und das ist das, was dahinter steckt. Du glaubst bei dir noch an eine Lüge und bei den anderen glaubst du diese Lüge nicht. Du siehst die Lüge nur in dir selber. Und wenn du das jetzt erkennst, dass du die Lüge in dir selber siehst, weil du eben nicht in den Spiegel schaust, weil wenn du in den anderen ihr Divine Design sehen kannst, und wirklich in den Spiegel siehst und siehst, wie toll und großartig die anderen sind, dann musst du es auch glauben, dass du es bist. Weil das ist Gesetz. Und solange du das nicht sehen kannst und nicht glauben kannst, verstehst du eben dieses Gesetz noch nicht, wer du wirklich bist. Im Divine Design. Und lebst eine Lüge, lebst deine Lüge, lebst eine verlogene Identität, lebst deine Ego-Identität. Und deswegen sind wir hier, dass wir diese Lüge immer wieder aufdecken, wenn sie kommt und sagt, an dir ist was falsch, an dir ist was nicht in Ordnung. Dann könntest du mir über das Thema erzählen, wenn man den Spie nicht haben möchte und lieber einen neuen Spie haben möchte. Ja. Du kannst jeden Spie haben wollen, den du möchtest. Aber das Thema, dass du den nicht haben möchtest, sondern einen neuen haben möchtest, bedeutet einfach nur, dass du diesen Spie, den du nicht mehr haben möchtest, dazu nutzt, um eine Geschichte über dich zu erzählen, die sagt, du bist nicht gut genug, du bist abgelehnt, du bist nicht gewollt und du bist nicht gut genug. Weil du lehnst ihn ab. Du willst ihn nicht mehr. Es ist aber nur eine Geschichte, die du um eine Person webst. Und jetzt denkst du, wenn ich jetzt eine neue Person wähle, kann ich eine neue Geschichte weben. Das kannst du tun. Aber sie wird sich nachher der alten Geschichte wieder anpassen, wenn du dich nicht selber anders siehst. Und in dem Moment, wo du dich selber anders siehst, als die Gewollte, als die Erwünschte, als die Auserwählte. Übrigens habe ich diesbezüglich eine ganz, ganz tolle Masterclass mit Workbook. Das heißt, ich bin die Auserwählte. Das ist der absolute Kern dieser Arbeit, dass du dich als diese Auserwählte selbst erkennst. Dann kannst du dich nämlich auch in der Beziehung zu jedem anderen Menschen als die Auserwählte sehen. Und darum geht es. Und dann ist es wiederum egal, welcher SP dir dient, um die Auserwählte zu sein. Und wenn es dir bei einem leichter fällt, dann nimm diesen, wo es dir leichter fällt. Aber wenn du die Arbeit in dir selber nicht machst und nicht diese Auserwählte willst, wird sich bei jedem SP die gleiche Geschichte wiederholen. Und ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Also egal, welcher Mann, welcher SP es ist, dass wir nachher die gleiche Geschichte wieder haben. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Mein SP will mich nicht mehr und anscheinend lieber eine neue. Mhm. Was haben wir hier noch? Denn außen vom SP ist das, was ich nicht akzeptiere. Sein Sein ist einfach traumhaft. Also damit denke ich mal, wie er aussieht, oder? Seine Erscheinung, sein Gesicht. Aber auch das hier wieder, da kannst du dich auch wieder, dein Ego wieder erwischen, wenn du sagst, ja, das Äußere von meinem SP gefällt mir nicht. Das sind auch wieder Geschichten. Was gefällt dir? Was findest du schön? Und warum findest du das, was du jetzt gerade im Außen siehst, nicht schön? Und da kommst du wieder zu dir selber, wenn du rausfindest, warum finde ich es nicht schön? Was habe ich da für eine Geschichte dran geklebt? Wer, wie muss jemand aussehen, damit er schön ist? All diese Bedingungen, das ist einer der größten Teile dieser Arbeit, dass ich erkenne, dass ich Bedingungen reintue, die mir wieder sagen, nein, ich muss es ablehnen, es gefällt mir nicht. Mein SP und ich treffen uns regelmäßig, aber es ist noch unklar. Er geht mir zu verstehen, dass er keine Ahnung hat, wie es weitergeht, und ich versuche zu verstehen, was da blockiert. Ganz einfach, dass du keine Ahnung hast, wie es weitergeht. Hier blockiert, dass du Angst hast vor der Zukunft. Hier blockiert, dass du nicht vertrauen kannst, dass du ihm nicht vertrauen kannst, dass du eurer gemeinsamen Zukunft nicht vertrauen kannst. Das blockiert. Aber dieses Vertrauen musst du in dir selber finden. Das ist Selbstvertrauen. Und ohne Selbstvertrauen kann ich niemals anderen Menschen vertrauen. Und wenn ich eben diese Angst habe, dann ist es mir noch unklar, wie es weitergehen muss, weil ich suche Sicherheit im Außen, die ich im Innen nicht habe. Aber wenn ich weiß, dass ich Liebe bin, dass ich verliebt bin, wenn ich weiß, dass mein SP und ich zusammengehen, dann weiß ich das, dann ist es für mich klar, und dann ist es für ihn eben auch super toll, klar. Mein SP hat sich gestern nach langer Zeit gemeldet, habe wunderschöne Komplimente bekommen und dann auch nichts mehr. Und jetzt frage ich mich, ja gut, und was jetzt? Bräuchte mehr Initiative von ihm. Aber das ist genau das, was immer wieder nicht funktioniert. Du kriegst das vom Außen, was du innen selbst über dich glaubst. Jetzt ist es so gewesen, offensichtlich hast du dich gut gefühlt, hast du dich gut genug gefühlt, hast dich wichtig gefühlt, hast dich geliebt gefühlt und schon kommt er von außen Komplimente. Und dann macht dein Ego und sagt, aber wenn jetzt keine Komplimente mehr kommen, dann bin ich ja nicht mehr gut. Ja, dann ist irgendwas falsch an mir. Er muss ja mich überzeugen von außen, aber das ist genau das. Er wird dich niemals überzeugen, wenn du nicht von dir selber überzeugt bist. Und wenn du von dir selber überzeugt bist, von deiner eigenen Identität, dann wird er dir das spiegeln. Und andersrum wird es nie funktionieren. Und du wirst immer wieder in diese Leere laufen, wenn du glaubst, dass du vom Außen etwas rauchst. Nein, du bist erfüllt von innen heraus und das ist das, worum es geht. Zudem habe ich eine Unserienung mit meiner aktuellen Wohnfühlsituation. Ich würde gerne einfach wieder heim zu ihm. Ja, genau. Aber solange du glaubst, du bist nicht zu Hause bei ihm, dann wirst du nicht zu Hause sein. Dann bist du die, die getrennt ist von ihm. Aber in Wahrheit, in Energie kannst du dich nie trennen. Das ist das Gesetz der Reflexion. Du bist nicht getrennt, aber du machst diese Trennung, indem du glaubst, du bist getrennt von ihm. Aber wenn du dir in deinem Gefühl, in deiner inneren Welt erkennst, dass du nicht getrennt bist und dass er niemals von dir getrennt sein kann, dann wirst du die Wohnsituation, dann wirst du deinem Ego nicht mehr erlauben, die Wohnsituation als Grund dafür herzunehmen, dass du die Lüge der Trennung glaubst. Jetzt gehe ich da nochmal hoch. Da war noch was. Meine Vorstellung ist noch sehr ablenkbar. Wie schaffe ich es, bei mir zu bleiben? Ich sehe keine intensiven Bilder. Die Vorstellung ist sehr Nebel und Bruchstück hast. Genau, das habe ich auch schon oft gesagt. Eine Vorstellung ist nicht da draußen. Eine Vorstellung ist nicht eine Kinovorstellung, sondern eine Vorstellung, die ergibt sich automatisch aus dem Selbstkonzept. Deswegen arbeite niemals an einer äußeren Vorstellung, sondern arbeite immer nur daran, wer du bist und wie sich das für dich anfühlt, wenn du diese Person bist. Ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin unterstützt, ich bin Fülle, ich bin Erfüllung. Und plötzlich kommt dir eine Vorstellung, vielleicht ein Bild, vielleicht eine Idee. Eine Vorstellung ist etwas ganz, ganz vielfältiges. Eine Vorstellung ist eine Energie, die sich als Bild zeigt, die sich als Gefühl zeigt, die sich als Gedanke zeigt. Das ist eine Vorstellung. Also suche nicht nach Bildern, sondern suche nach dir, suche nach deiner Identität. Nehme einen Wunsch her, du sagst, das wünsche ich mir, wer muss ich sein? So rum funktioniert es und nicht anders. Wie bekommt man mehr Selbstwertgefühl? Indem ich weiß, wer ich wirklich bin. Indem ich das glaube, indem ich das verankere, indem ich mich so sehe, indem ich mich von anderen so sehen lasse. Selbstwertgefühl ist, dass ich meinen eigenen Wert kenne. Der ergibt sich aus dem Divine Design. Ich weiß, wer ich bin als göttliche Perfektion und erlaube mir, mich so zu fühlen. Ja, ihr Lieben, auf den Punkt, eine Punktlandung. Was soll ich sagen? Es geht wirklich nur um dich. Es geht um die volle Verantwortung. Es geht darum, dass du erkennst, dass alles, was du siehst, du bist. Aber nicht du als Körper, sondern du mit deinen Ansichten, du mit deinen Überzeugungen, du mit deinen Interpretationen, du mit deinen Rückschlüssen, du mit deinen Bedingungen, du aus einer Ego-Welt heraus, die glaubt, es braucht Gründe, Bedingungen. Aber ich will dabei bringen, was es heißt, Energie zu sein und Energie zu generieren, die Quelle der Energie zu sein und die nun mal hat keine Bedingung. Du darfst festlegen, wer du bist. Du darfst festlegen, wie du denken willst. Du darfst festlegen, was du glaubst. Und du musst nichts glauben, was einschränkt. Du musst nichts glauben, was bedingt. Du musst nichts glauben, was die Welt so glaubt, sondern du darfst einfach nur glauben, du erschaffst durch deine Vorstellung. Und deine Vorstellung ist eben Glauben, Denken, Fühlen, Wissen, Rückschlüsse ziehen, Zusammenhänge machen. Das alles gibt eine Vorstellung. Das alles gibt das Drehbuch deines Lebens. Und du bist der Autor des Drehbuchs deines Lebens. Aber du musst dich in diesen Sitz, in diese Position dieses Drehbuchautors, dieses Schöpfers, dieser Quelle, dieser absoluten Quelle erheben. Und dazu braucht dein Ego ein klares Konzept. Und dieses Konzept nenne ich Selbstkonzept. Dieses Konzept nenne ich Divine Design Selbstkonzept. Und da darfst du reinwachsen. Das nenne ich Verkörperung. Und wie sich das aufbaut, hol dir das erste Masterclass Identity Training, Divine Design Identity aus der Trilogie zum Wohlfühl, Wohlstand. Hol dir das zweite Masterclass. Die ist jetzt dran. Verkörperung. Die kannst du dir jetzt holen. Die dritte Masterclass kommt am 14. oder 16. März. Und all das ist gratis, wenn du in die Community kommst. Wir sind Divine Design. Wenn du dir eine 3-monitige Mitgliedschaft einfach kaufst, hast du diese Masterclass gratis im März. Dann hast du gratis Hotseat Coaching. Dann kannst du mir Fragen stellen. Dann kannst du trainieren deine IAM Identity. Dann hast du mal dieses ganze Basic Package, das Foundation Package, wo du eine Heimat findest für deine Divine Design Personality, wo du die verankern darfst. Wo du einfach lernst, dass das Ego-Leben, das beschränkte Leben, einfach auch nur eine Vorstellung ist, aus der du austreten darfst. Und zwar absolut und rigoros. Du musst nicht beschränkt bleiben. Du musst nicht fehlerhaft bleiben. Du musst keine Sühne haben. Du musst keine Sünde haben. Du musst einfach nur aussteigen aus diesem Ego-Beschränkung, Unterdrückungsschmerz-Design, Unterdrückungs-Design aus. Ein Design ist etwas, was du zusammengebastelt hast für dich selber. Und du glaubst, es ist deine individuelle Idee. Aber es ist eine Idee, die basiert auf Beschränkungen und auf Einschränkungen. Und wenn du in dein Divine Design gehst, erkennst du, dass es diese Beschränkungen und Einschränkungen gar nicht geben muss. Und dass du klar erfüllt sein darfst, erfüllt mit dir, weil das bist du eh. Du bist immer nur erfüllt mit dir. Du bist erfüllt mit deiner Meinung, mit deiner Vorstellung, mit deiner Ansicht, mit deiner Interpretation, mit deiner Bedeutung, mit deinen Rückschlüssen. Du bist erfüllt mit dir. Und so ist dein Leben erfüllt komplett mit dir. und wenn du deine Identity änderst, ist dein Leben erfüllt mit dir in deinem Divine Design, mit deiner Fülle, mit deiner Erfüllung, mit deiner Liebe, mit deiner Begeisterung, mit all dem, was du in Wahrheit bist, wenn du diesen Mantel der Beschränkungen, dass ich bin nicht gut genug, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss Fehler ausmerzen, ich muss besser werden, einfach krass absprengst und sagst, das ist ein Scheißmantel, der mir noch nie gehört hat, den ich mir angezogen habe, unbewusst, als ich als Baby eingekleidet wurde, als man mir die Nacktheit, die Klarheit, die Wahrheit quasi genommen hat, weil das das Spiel des Lebens ist, dass ich diesen Mantel angezogen bekomme und dass ich das Schnalle aufwache, erwachsen werde, also erwachsen werde und erkannt habe, dass ich hier ein Spiel gespielt habe, um zu erkennen, dass diese Einschränkung nicht notwendig ist und dass ich frei, gut genug, ohne Schuld, ohne Sünde, ohne Sünde hier mein Leben manifestieren kann und es fühlt sich an nach Erfüllung, es fühlt sich nach Fülle an, weil das ist das, was ich bin, wenn ich diesen Scheißmantel ablege, wenn ich authentisch bin, wenn ich meine Divine Design Nacktheit zeige, ohne mir irgendwelche Geschichten zu erzählen, dass irgendwas an mir nicht gut genug ist. Und das ist das Spiel des Lebens, darum geht es und wenn du das verstanden hast, kannst du eintreten in diese Umsetzung und dir absolut jeden Traum manifestieren, mit jedem Menschen, wo du möchtest, mit jedem Geld, das du möchtest, mit jedem Körper, das du möchtest, mit jedem Aussehen, das du möchtest, völlig, völlig frei. Und das ist natürlich abgefahren und da muss man immer wieder dran arbeiten und ich habe mir meine Traumbeziehung mit meinem Traum SP manifestiert und da muss ich dabei bleiben und ich könnte mir hunderttausend Geschichten erzählen, warum das nicht gut ist, warum er nicht gut ist, warum er nicht richtig ist und eine der optimalen Hammer Geschichten wäre natürlich ein Altersunterschied von 20 Jahren zwischen mir und ihm. Das ist der Oberhammer und das war für mich ein Riesending, hier einfach zu sagen, wo kommt dieses Problem her mit dem Altersunterschied? habe ich das? Hat mein Divine Design das? Hat meine Seele, hat unsere Seele ein Problem? Kennt das Alter? Nein, natürlich nicht, weil Energie, die Divine Design Energie, die Seelen Energie, die hat keine Zeit, die hat keinen Ort, die hat keine Entwicklung, die hat nur den jetzigen Moment, den ich generiere und kreiere und ich lasse mir doch nicht von irgendeiner Vorstellung, das ist übrigens eine Vorstellung, dass 20 Jahre Altersunterschied nicht in Ordnung wären, mir mein Traumleben versauen. Hallo? Also, überlege dir, was du noch hernimmst, um dich und dein Leben und alle Dinge in deinem Leben schlecht zu machen, damit du in deinem Ego-Design bleiben kannst. Reiß das ab, geh in die Bedingungslosigkeit, sei absolut Divine Design und erfahre Zauber und Magie. Das ist für jeden da, das ist für jeden gedacht. Das ist so, so geil. Ach, da kommt noch eine Frage. In den ersten Jahren hat er mir meine Familienthemen gespielt, nach vielen Gesprächen habe ich dann den Kontakt zur Familie abgebrochen, muss ich wieder mit der Familie verbinden? Nein, du machst, was du möchtest. Es kommt nicht darauf an, was du machst, was du tust, mit wem du wie verbunden bist, sondern es kommt darauf an, wer du bist, wie du dein Leben generierst und wie du mit den anderen interagierst, das entscheidest du. Wir machen uns die Probleme selbst im Kopf und die Hindernisse selbst im Kopf. Wir machen unser ganzes Leben im Kopf. Genau, und jetzt dürfen wir anfangen, anstatt die Probleme in unserem Kopf zu machen, einfach unser Traumleben in unserem Kopf zu machen, weil in unserem Kopf entsteht alles. Und wenn du das in einer geilen Community machen möchtest, komm in die, wir sind die Weindesign Community, 90 Euro pro Monat, das ist eigentlich dieser Raum unbezahlbar, dort siehst du dann auch noch, triffst du deinesgleichen, du siehst Erfolge, du siehst die Wege der anderen, etc. pp. Es ist einfach der Ort, in dem du dich selber findest und lernst, dich zu zeigen, weil das ist auch eins der wichtigsten Dinge, wenn ich mich nicht zeigen kann, warum nicht, weil ich glaube, dass noch irgendetwas nicht gut genug an mir ist. Und das ist wieder die absolute Riesen Lüge. So ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, schön, dass ihr alle da wart, schön, dass wir diesen Sonntag gemeinsam begonnen haben und es ist eine Lebensaufgabe, es ist das ich bin, das ich bin zu finden aus dem Divine Design, das zu leben und zu erleben, genau um das geht und ich will nichts anderes mehr machen. Also, bis dann, Tschüssi!